Was wäre, wenn wir auf einmal das Gegenteil von dem tun würden, was wir immer tun? Ja, anstelle von Nein sagen. Eine Haltsstelle später aussteigen. Und die Gesurfe, ich glaube, dass sie wahr werden. Und ich mache mich auf und auf und Und die Uhr tickt, tickt und das Monster schickt sich an Mir zu folgen wie ein Schatten und ich laufe davon Doch die Uhr zack, zackt und das Monster, es packt mich an den Fersen Und ich laufe davon Und ich laufe und ich frag mich wovor Eigentlich weg, ich mag keine Zeit, doch ich kann nicht genug davon kriegen Meinem Monster geht's genauso und schon stürzt es sich drauf und frisst Und bringt die Zeit zu meinem Leben Und ich laufe und ich laufe davon Und weife ganz nice diesen Sonnen Und ich laufe und ich laufe davon Und pfeife ganz nice diesen Sonnen Pfeifen nicht gegen Angst, wovor denn die Angst? Ich weiß es nicht mehr, ob's in der Eile vergessen Ich muss laufen, sonst werd ich vom Monster gefressen Und ich laufe mich auf und auf und auf und die Uhr tickt, tickt und das Monster schickt sich an Und ich laufe mir zu folgen wie ein Schatten Und ich laufe davon Doch die Uhr tickt, tickt und das Monster, es packt mich an den Fersen Und ich laufe auch davon Und ich laufe davon Töne mehr Töne mehr Noch mehr Töne 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 mehr Gip Vielen Dank.